Sie würden für solche Blätter, die es im Wald massenweise gibt, Geld bezahlen? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Die neue Waldbox. Die Waldbox wird jedoch nur mit den schönsten Blättern des Waldes befüllt und zu Ihnen gesendet. Sie werden erstaunt sein, was Sie alles mit dem Laub machen können. Sie könnten es als Dekoration benutzen, sie in den Kühlschrank legen, sie wieder aus dem Kühlschrank nehmen, das Laub anbraten lassen oder das Laub auf eine Toilette schlüsseln legen oder sich einfach mit dem Laub wohlfühlen. Genießen Sie natürliches Moselwasser. Abgeschöpft im Herzen der Natur. Reich an Mineralien und Nährstoffen. Trinken Sie ein Stück Natur. Moselwasser naturell. Dachten Sie auch, dass der Morgentau von ganz alleine entsteht? Da dachten Sie falsch. Die Tauschsprühe besprühen jeden Morgen um Punkt 7 Uhr die Pflanzen mit Wasser und haben somit eine ziemlich wichtige Funktion. Denn sie geben der Tier- und Pflanzenwelt regelmäßig Zufuhr von Luftfeuchtigkeit. Doch nun bist du gefragt. Du kannst Tauschsprühe werden. Einer der wichtigsten Jobs in ganz Deutschland. Worauf wartest du? Melde dich jetzt als Tauschsprühe. Haltest du? Den Morgentau. Doch so свидetольш temps. 却? GUNTERAS Untertitelung des ZDF, 2020